Nightrise Corporation Streng vertraulich Memorandum aus dem Büro des Vorsitzenden 15. Oktober 2008 Wir werden die Macht übernehmen Vor vier Monaten, am 25. Juni, öffnete sich das Tor in der Nazca-Wüste und die Alten konnten endlich zurückkehren auf die Welt, die sie einst beherrschten Sie sind jetzt unter uns und warten auf den richtigen Zeitpunkt sich zu erkennen zu geben und den Krieg zu beginnen den sie diesmal nicht verlieren können Warum dieser Zeitpunkt noch nicht gekommen ist? Der Triumph von Nazca wurde überschattet von der Anwesenheit zweier Kinder zweier Jungen im Teenager-Alter Einen von ihnen kennen wir gut Wir beobachten ihn schon fast sein ganzes Leben lang Sein Name, oder der Name unter dem er jetzt bekannt ist lautet Matthew Freeman Er ist 15 und Engländer Der andere war ein peruanischer Straßenjunge der sich Pedro nennt und in den Slums von Lima aufgewachsen ist Diese beiden sind verantwortlich für den Tod unseres Freundes und Kollegen Diego Salamander Und so unfassbar es klingt sie haben den König der Alten im Moment seines größten Triumphes verwundet Die sind keine normalen Kinder Sie sind zwei der fünf sogenannten Torhüter die vor mehr als 10.000 Jahren an der großen Schlacht teilgenommen haben bei der die Alten besiegt und vertrieben wurden Wenn wir diesmal Erfolg haben und eine neue Weltordnung schaffen wollen ist es von entscheidender Bedeutung dass wir die Natur dieser Torhüter verstehen Vor 10.000 Jahren führten fünf Kinder die letzten Überlebenden der Menschheit in die Schlacht gegen die Alten Die Schlacht fand in Großbritannien statt allerdings zu einer Zeit als das Land noch keine Insel war noch vor dem Abschmelzen der Eisflächen im Norden Durch einen Trick gewannen die Kinder und vertrieben die Alten Um sie von der Erde zu verbannen wurden zwei Tore errichtet eines in Yorkshire im Norden von England das andere in Peru Ein Tor hielt Das andere konnten wir im Juni endlich aufbrechen Die fünf existierten damals Die fünf existieren auch heute Es scheint als wären sie auf der anderen Seite der Zeit wiedergeboren worden Aber so einfach ist es nicht Es sind dieselben Kinder die irgendwie in verschiedenen Zeitaltern leben Tötet man eines der Kinder wird es durch eines aus der Vergangenheit ersetzt Dies ist die entscheidende Tatsache die diese Kinder zu so gefährlichen Feinden macht Sie zu töten ist sinnlos Wenn wir sie kontrollieren wollen müssen wir sie lebendig fangen Allein sind diese Kinder schwach und besiegbar Ihre Kräfte sind unzuverlässig und können von ihnen nicht vollständig kontrolliert werden Aber wenn sie zusammen sind werden sie stärker Das ist die größte Gefahr für uns Wenn alle fünf irgendwo auf der Welt zusammentreffen sind sie möglicherweise in der Lage ein drittes Tor zu errichten und dann ist alles verloren was wir bisher erreicht haben Der fünfte der fünf Bisher sind nur vier der Kinder identifiziert worden Dem englischen und dem peruanischen Jungen haben sich Zwillinge aus Amerika angeschlossen Scott und Jamie Tyler auf die wir durch unser Psi-Projekt gestoßen sind Zu dieser Zeit haben sie in einem Theater in Nevada gearbeitet Zur Kenntnisnahme Scott Tyler wurde während seiner Haft in Nevada einer gründlichen Umprogrammierung durch unsere Agenten unterzogen Inzwischen ist er zwar wieder mit seinem Bruder vereint aber es ist trotzdem denkbar dass wir ihn gegen seine Freunde richten können Beachten Sie das psychologische Gutachten Anhang 1 Über den fünften der fünf wissen wir bisher sehr wenig Es ist ein Mädchen Wie die anderen wird es 15 Jahre alt sein Wir vermuten, dass es chinesische Abstammung ist und in Asien lebt In der alten Welt war sein Name Ska Ohne jeden Zweifel suchen die anderen vier nach ihm und wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen dass sie Erfolg haben könnten Das bedeutet, dass wir das Mädchen zuerst finden müssen Unsere Agenten suchen in allen Ländern der Erde nach ihm Viele Politiker und Polizeikräfte arbeiten mittlerweile aktiv für uns Das Psi-Projekt läuft in Europa und Asien weiter und wir untersuchen immer noch Teenager mit möglichen paranormalen Fähigkeiten Die Aussichten, das Mädchen zu finden, stehen gut Es ist zu vermuten, dass es bisher nicht weiß, was und wer es ist Sobald wir das Mädchen haben können wir es dazu benutzen, die anderen Torhüter in eine Falle zu locken Wir werden einen nach dem anderen in die Nekropole bringen Und sobald wir alle fünf haben, werden wir sie getrennt einsperren Foltern und bis ans Ende der Zeiten am Leben erhalten Alles ist bereit Die Torhüter haben keine Vorstellung, wie stark wir sind Und wie weit unsere Vorbereitungen gediehen sind Unsere Augen sind überall, auf der ganzen Welt Und schon bald wird die Schlacht beginnen Wir müssen nur das Mädchen finden Das Mädchen schaute nicht, bevor es die Straße überquerte Das sagte der Fahrer später aus Sie hatte nicht nach links und rechts gesehen Sie hatte auf der anderen Straßenseite einen Freund entdeckt und war einfach losgelaufen, ohne zu merken, dass die Ampel wieder grün war und ohne daran zu denken, wie viel Verkehr auf dieser Kreuzung herrschte und dass um vier Uhr nachmittags alle Leute schnell von der Arbeit nach Hause kommen wollten Das Mädchen lief einfach los, ohne nachzudenken Es warf nicht einmal einen Blick auf den weißen Lieferwagen der mit fast 80 Sachen heranraste Das war typisch für Scarlett Adams Sie hatte schon immer zu den Leuten gehört die erst handeln und dann nachdenken wenn es längst zu spät ist Der Hockeyball, den sie über das Schulgebäude hatte schlagen wollen der aber ausgerechnet ins Fenster der Schulleiterin geflogen war Der Hausmeister, den sie voll angekleidet in den Swimmingpool geschubst hatte Es wäre cleverer gewesen, zuerst herauszufinden, ob er schwimmen kann Der 20 Meter Baum, auf den sie geklettert war nur um dann zu merken, dass sie nicht wieder hinunterkam Zum Glück war man an ihrer Schule nachsichtig Es half, dass Scarlett allgemein beliebt war und dass die meisten Lehrer sie mochten Und auch wenn sie keine Musterschülerin war gehörte sie doch nicht zu den Schlusslichtern ihrer Klasse Richtig gut war sie in Sport Sie war Kapitän der Hockeymannschaft trotz der gelegentlichen Fehlschläge Eine starke Tennisspielerin und bei den Sommerwettkämpfen war sie in Leichtathletik immer die Beste Einer Schülerin, die die Trophäen holt macht keine Schule zu viel Ärger Und Scarlett hatte ihrer Schule schon eine ganze Sammlung eingebracht Ihre Schule hieß St. Geneviève und von außen betrachtet hätte sie genauso gut ein vornehmer Herrensitz oder vielleicht ein Privathospital für die Superreichen sein können Sie stand auf einem großen Grundstück ein paar Meter von der Straße entfernt war von EV überwuchert und hatte einen Glockenturm auf dem Dach St. Geneviève war eine Privatschule eine der vielen, die sich im Zentrum von Dulwich im Londoner Süden zusammendrängten Dulwich war ein merkwürdiger Stadtteil Im Westen lag Streatham und im Osten Seidenham beides Viertel mit Hochhäusern, Drogen und Gewaltkriminalität aber in Dulwich war alles grün Hier gab es altmodische Teestuben und an den Laternenpfählen hingen Blumenkörbe Die meisten Autos waren Geländewagen und die Mütter, die sie fuhren sprachen sich alle mit dem Vornamen an Scarlet war auf den ersten Blick anzusehen dass sie nicht in England geboren worden war Ihre Eltern mochten zwar typische Bewohner von Dulwich sein Ihre Mutter groß, blond und schick Ihr Vater ein Rechtsanwalt mit ergrautem Haar einem rundlichen Gesicht und einer Brille aber sie sah ihnen kein bisschen ähnlich Scarlet hatte lange schwarze Haare merkwürdig braun-grüne Augen und die hellbraune Haut eines Mädchens das aus China, Hongkong oder einem anderen Teil Ostasiens stammte Sie war klein und schlank und ihr strahlendes Lächeln hatte sie schon aus so mancher peinlichen Lage gerettet Sie war nicht die richtige Tochter der Adams Das wusste jeder Auch sie hatte es schon von frühester Kindheit angewusst Sie war adoptiert Paul und Vanessa Adams konnten keine eigenen Kinder bekommen und hatten sie in einem Waisenhaus in Jakarta entdeckt Niemand wusste, wie sie dort hingekommen war Niemand kannte ihre leibliche Mutter Scarlet versuchte, möglichst nicht an ihre Vergangenheit zu denken und daran, woher sie kam Aber sie fragte sich doch öfter, was passiert wäre wenn das Paar, das den weiten Weg aus London gekommen war das Baby in Bett sieben oder neun genommen hätte statt das in Bett acht Würde sie dann jetzt irgendwo in Indonesien Reis pflanzen oder in einem Ausbeuterbetrieb Nike-Turnschuhe zusammennähen? Allein der Gedanke ließ sie schaudern Aber dazu war es nicht gekommen und sie lebte mit ihren Eltern in einer ruhigen Straße in der Nähe des Bahnhofs North Dulwich von dem es bis zu ihrer Schule nur 15 Minuten Fußweg waren Ihr Vater Paul Adams war auf internationales Firmenrecht spezialisiert Ihre Mutter Vanessa hatte ein Reisebüro und organisierte Reisen nach China und andere Länder im fernen Osten Die beiden waren so beschäftigt, dass sie kaum Zeit für Scarlet hatten oder füreinander Seit Scarlet fünf war, hatten sie deshalb eine Haushälterin die sich um alles kümmerte Christina Murdoch war klein und dunkelhaarig und hatte nicht den geringsten Sinn für Humor Sie war aus Glasgow nach London gekommen und ihr Vater war Vicar Davon abgesehen wußte Scarlet kaum etwas über sie Die beiden kamen zwar ganz gut miteinander aus aber ohne es laut auszusprechen waren sie längst übereingekommen dass sie nie Freundinnen sein würden Einer der Vorteile des Lebens in Dulwich war dass Scarlet viele Freunde hatte die alle in der Nachbarschaft lebten Zwei Mädchen aus ihrer Klasse wohnten sogar in derselben Straße und ein Junge, Aidan Ravitch, nur fünf Minuten entfernt Es war Aidan, wegen dem sie auf die Straße gelaufen war Aidan besuchte nun schon das zweite Jahr The Hall eine andere Privatschule in Dulwich Er war aus Los Angeles nach London gekommen war groß für sein Alter und sah mit seinen struppigen Haaren und der leicht schlaffen Haltung auf eine entspannte Weise gut aus Er trug Tag ein, Tag aus dasselbe Kapuzen-Shirt dieselben Jeans und Turnschuhe Aidan konnte die Engländer nicht verstehen Er behauptete Dinge wie Fußball die Teestunde und Dr. Who nicht zu kapieren Aber vor allem die englischen Polizisten hatten es ihm angetan Warum müssen die diese dämlichen Hüte tragen? Er war Scarlet's bester Freund Obwohl sie beide wussten, dass sein Vater der für eine amerikanische Bank arbeitete jederzeit wieder nach Hause geschickt werden konnte Aber bis es soweit war verbrachten sie so viel Zeit miteinander wie sie konnten Der Unfall passierte an einem warmen Sommernachmittag Scarlet war zu dieser Zeit 13 Es war kurz nach 4 und Scarlet war auf dem Heimweg von der Schule Allein die Tatsache, dass sie ohne Begleitung nach Hause gehen durfte bedeutete ihr sehr viel Ihre Eltern hatten erst an ihrem letzten Geburtstag endlich nachgegeben Bis dahin hatten sie darauf bestanden dass Mrs. Murdoch sie jeden Tag am Schultor abholte obwohl es viel jüngere Mädchen gab die den Gefahren der Dulwich High Street ganz allein und ohne bewaffnete Eskorte trotzen durften Scarlet hatte nie begriffen wieso ihre Eltern so besorgt waren Sie konnte sich nicht verlaufen Ihr Weg führte vorbei an einem Blumengeschäft einem Bioladen und einer Kneipe wo sie möglicherweise ein paar alte Männer sehen konnte die mit ihrer Mischung aus Bier und Limonade in der Sonne saßen In der unmittelbaren Nachbarschaft gab es keine Drogenhändler keine Kindesentführer und keine Achsmörder Außerdem war es ja nicht so als wäre sie allein auf weiter Flur gewesen Von halb vier an waren die Straßen voller Mädchen und Jungen die auf dem Weg nach Hause in alle Richtungen unterwegs waren Sie war an einer Ampel angekommen wo fünf Straßen aufeinandertrafen als sie Aiden entdeckte Er war allein und hörte Musik Sie konnte die weißen Kabel sehen die von seinen Ohren herunterhingen Er sah sie lächelte und rief ihren Namen Ohne nachzudenken lief sie auf ihn zu Der Fahrer des Lieferwagens war ein 25-jähriger Kurierfahrer namens Michael Logue Die Polizei würde später seine Personalien aufnehmen Er transportierte Ersatzteile für eine Nähmaschinenfabrik in Bickley und hatte es dem Londoner Verkehr zu verdanken dass er schon jetzt Verspätung hatte Er war ganz sicher zu schnell als er auf die Kreuzung zufuhr aber andererseits war die Ampel eindeutig grün Scarlett war schon mitten auf der Straße als sie ihn sah und da war es viel zu spät Sie sah wie Aiden erschrocken die Augen aufriss und drehte erst da den Kopf weil sie wissen wollte was er gesehen hatte Sie erstarrte Der Lieferwagen war schon fast über ihr Sie konnte den Fahrer sehen der sie über das Lenkrad hinweg anstarrte voller Entsetzen weil er genau wusste was gleich passieren würde und nichts dagegen tun konnte Der Lieferwagen schien größer und größer zu werden je näher er Scarlett kam schließlich füllte er ihr ganzes Gesichtsfeld aus Und dann passierte alles auf einmal Aiden schrie auf der Fahrer riss hektisch das Lenkrad herum der Lieferwagen geriet in gefährliche Schräglage und Scarlett wurde vorwärts gestoßen denn etwas oder jemand rammte mit unglaublicher Wucht ihren Rücken Sie wollte aufschreien aber der Schlag hatte ihr den Atem genommen und ihre Knie gaben unter ihr nach Irgendwo in ihrem Gehirn registrierte sie dass ein Passant vom Bürgersteig gesprungen war und sie zu retten versuchte Sein Arm lag um ihre Taille sein Kopf und seine Schulter pressten sich in ihren Rücken Aber wie war er so schnell zu ihr gekommen? Selbst wenn er den Lieferwagen hatte kommen sehen und sofort losgesprintet war hätte er sie kaum rechtzeitig erreichen können Es war beinahe als hätte er schon vorher gewusst was passieren würde Der Lieferwagen schoss vorbei und verfehlte sie nur um Zentimeter Sie spürte sogar den warmen Luftzug im Gesicht und konnte die Abgase riechen Sie hatte zwei Bücher unter dem Arm gehabt ein französisches Wörterbuch und das Mathebuch denn in diesen Fächern standen ihr noch anderthalb Stunden Hausaufgaben bevor Doch als sie nach vorn gestoßen wurde flogen ihre Arme unkontrolliert hoch und die Bücher segelten durch die Luft landeten auf der Straße und rutschten über den Asphalt als hätte sie sie mit Absicht weggeworfen Scarlet machte es ihnen nach Während der Mann sie noch immer festhielt ging sie zu Boden Einen Moment fühlte sie einen scharfen Schmerz als sie mit einem Knie aufschlug und sich die Haut abschürfte Hinter sich hörte sie Reifen quietschen Hupen und dann das grässliche Krachen von Metall auf Metall Eine Autoalarmanlage heulte los Scarlet lag still Die folgenden Augenblicke in denen absolut nichts passierte kamen ihr vor wie eine ganze Minute Es war fast als hätte jemand ein Foto gemacht es eingerahmt und den Titel Verkehrsunfall in Dalitsch darauf geklebt Dann setzte sich Scarlet auf und sah sich um Der Mann der sie gerettet hatte lag auf der Straße und sie erkannte nur dass er Chinese war um die 20 mit schwarzen Haaren Jeans und einer weiten Jacke Sie sah an ihm vorbei Der weiße Lieferwagen war um eine Verkehrsinsel geschleudert worden und auf den Bürgersteig geraten wo er ein parkendes Auto gerammt hatte Es war dieses Auto dessen Alarm losgegangen war Der Fahrer des Lieferwagens hing über dem Lenkrad und seine Haare waren voller Glassplitter Sie schaute wieder zurück Eine Menschenmenge hatte sich angesammelt Vielleicht war sie aber auch schon von Anfang an da gewesen und Leute eilten auf sie zu vorbei an Aiden der wie angewurzelt dastand Er schüttelte den Kopf als müsste er beteuern dass es nicht seine Schuld war Es hatten sich auch 20 oder 30 Schüler eingefunden die Fotos mit ihren Handys machten Ein Polizist war so schnell aufgetaucht als wäre er durch eine Falltür im Gehsteig gekommen Er war der Erste der bei Scarlet ankam Bist du in Ordnung? Versuch jetzt bitte nicht dich zu bewegen Scarlet ignorierte ihn Sie stützte eine Hand auf und rappelte sich hoch Ihr Knie brannte wie Feuer und ihre Schulter fühlte sich an als hätte sie einen Schlag mit einem Brecheisen abbekommen aber sie war ziemlich sicher dass sie nicht ernsthaft verletzt war Sie sah Aiden an und dann den weißen Lieferwagen Ein paar Leute halfen dem Fahrer heraus und legten ihn auf den Bürgersteig Neben ihr sprach der Polizist eindringlich in sein Funkgerät und forderte Verstärkung an Schließlich tauchte Aiden bei ihr auf Scar das war sein Name für sie Bist du okay? Sie nickte und war plötzlich den Tränen nah ohne zu wissen warum Vielleicht war es nur der Schock das Wissen was beinahe passiert wäre Sie fuhr sich mit dem Handrücken übers Gesicht und merkte erst da wie schmutzig ihre Nägel waren und dass sie sich alle Fingerknöchel aufgeschürft hatte Ihr Rock war auch zerrissen Sie musste total demoliert aussehen Du hättest tot sein können Warum sagte Aiden ihr das? Darauf war sie auch allein gekommen Aber seine Worte erinnerten sie an den Mann der sie gerettet hatte Sie sah nach unten und stellte verblüfft fest dass er nicht mehr da war Im ersten Moment glaubte sie an einen Zaubertrick dass er sich irgendwie in Luft aufgelöst hatte Aber dann sah sie ihn schon am Ende der Straße wo er an den Geschäften vorbeieilte Er erreichte den Friseursalon an der Ecke aus dem gerade eine Frau kam drängte sich an ihr vorbei und dann war er weg Warum? Er war nicht einmal so lange geblieben dass er sich bei ihm bedanken konnte Danach lief alles viel langsamer ab Ein Krankenwagen kam den Scarlet nicht brauchte aber der Lieferwagenfahrer wurde auf eine Trage gelegt und weggebracht Auch Scarlet wurde untersucht aber da nichts gebrochen war durfte sie nach Hause gehen Aiden ging mit ihr und eine Polizistin begleitete sie Scarlet fragte sich was Mrs. Murdoch wohl dazu sagen würde Sie wusste aber schon jetzt dass es ganz sicher nicht auf Gelächter und Übermütiges auf den Rücken klopfen zur Schlafenszeit hinauslaufen würde Tatsächlich hatte der Unfall mehrere Konsequenzen Als Paul und Vanessa Adams am Abend erfuhren was passiert war und den ersten Schrecken dass ihr einziges Kind beinahe überfahren worden wäre überwunden hatten fingen sie sofort an darüber zu streiten wessen Schuld es war Ihre eigene weil sie Scarlet zu viel Freiheit gegeben hatten Aidens weil er sie abgelenkt hatte oder Scarlets die einfach auf die Straße gelaufen war und das mit 13 Jahren Schließlich entschieden sie dass Mrs. Murdoch in Zukunft wieder am Schultor auf Scarlet warten sollte Es vergingen neun Monate bis Scarlet wieder allein von der Schule nach Hause gehen durfte Wer ihr Retter gewesen war blieb ein Rätsel Woher war er gekommen? Wie hatte er erkannt was gleich passieren würde? Warum war er so schnell verschwunden? Mrs. Murdoch vermutete dass er ein illegaler Einwanderer gewesen sein musste der angesichts des herannahenden Polizisten die Flucht ergriffen hatte Scarlet tat es nur leid dass sie sich nicht bei ihm hatte bedanken können und wenn er in irgendwelchen Schwierigkeiten gewesen wäre hätte sie ihm gern geholfen In dieser Nacht hatte sie den ersten Traum Scarlet hatte eigentlich nie lebhafte Träume Normalerweise kam sie von der Schule aß machte ihre Hausaufgaben spielte noch eine halbe Stunde mit ihrer Playstation und fiel dann in einen tiefen traumlosen Schlaf der immer viel zu schnell zu Ende war wenn Mrs. Murdoch sie für den Start in einen neuen Schultag wachrüttelte aber dieser Traum war mehr als lebhaft er war so realistisch und detailliert dass es fast schon so war als sähe sie einen Film und da war noch etwas Merkwürdiges soweit sie es beurteilen konnte hatte er nicht das geringste mit ihrem Leben oder den Ereignissen dieses Tages zu tun sie träumte dass sie in einer matt erleuchteten Welt war vielleicht auf einem anderen Planeten dem Mond in der Ferne sah sie einen riesigen Ozean der sich zum Horizont und noch darüber hinaus erstreckte aber da waren keine Wellen die Wasseroberfläche hätte auch eine riesige Metallplatte sein können alles war tot sie war von Dünen aus Staub umgeben die irgendwie dorthin geweht worden waren und wie der Staub auf dem Mond dort bis in alle Ewigkeit unverändert bleiben würden Scarlet ging los doch es blieben keine Fußabdrücke zurück ein Stück entfernt standen vier Jungen sie suchten nach ihr wenn sie genau hinhörte konnte sie sogar hören wie sie ihren Namen riefen sie versuchte zurückzurufen aber obwohl kein Wind wehte nicht einmal eine Brise wurden ihr die Worte vom Mund weggerissen die Jungen waren nicht echt das konnten sie nicht sein Scarlet hatte sie noch nie gesehen aber trotzdem war sie überzeugt ihre Namen zu kennen Scott Jamie Pedro und Matt sie kannte sie von irgendwoher sie waren sich schon begegnet dies dies war das erste mal dass sie diesen traum hatte aber im laufe der nächsten zwei jahre kam er immer wieder allerdings veränderte er sich allmählich es kam mir vor als wären die jungen jedes mal ein stück weiter weg bis sie sich mit dem gedanken vertraut machen musste dass sie ganz allein war sie stellte fest dass sie abends vor dem schlafen gehend immer darauf hoffte sie zu sehen nein es war mehr als das sie musste sie treffen sie sprach nie über ihre träume nicht einmal mit Aden aber irgendwo in ihrem hinterkopf wusste sie dass es die wichtigste sache in ihrem leben geworden war diese vier jungen zu finden die tür zwei jahre später als gar gerade 15 geworden war wurde sie zum zweiten mal in ihrem leben weise paul und vanessa adams waren zwar nicht gestorben dafür aber ihre ehe in gewisser weise war es erstaunlich dass sie es so lange miteinander ausgehalten hatten scarlet's vater hatte einen neuen job bei einem multinationalen konzern in hongkong angenommen und ihre mutter verbrachte mehr und mehr zeit mit ihrem eigenen betrieb und ihren kunden die anscheinend 24 stunden am tag ihre aufmerksamkeit forderten die beiden sahen immer weniger voneinander und stellten irgendwann fest dass es ihnen so gefiel sie stritten nicht und schrien sich auch nicht an sie entschieden einfach dass beide glücklicher sein würden wenn sie sich trennten als sie scarlet am ende der sommerferien mitteilten war sie nicht sicher wie sie sich deswegen fühlen sollte aber die wahrheit war dass es eigentlich nichts an ihrem leben veränderte die meiste zeit war sie ohnehin mit mrs murdoch allein und auch wenn sie sich immer freute ihre eltern zu sehen war sie doch daran gewöhnt dass die beiden fast nie zu hause waren die drei hatten ein letztes gespräch in der küche die beiden erwachsenen machten ernste gesichter und hielten ihre weingläser fest deine mutter wird mit ihrem geschäft nach australien gehen und sich in melbourne niederlassen sagte paul sie muss dahin gehen wo der markt ist und melbourne ist eine große chance für sie er warf Vanessa einen kurzen blick zu und in diesem moment erkannte scarlet dass sie ihr nicht die ganze wahrheit gesagt hatte vielleicht waren die australier tatsächlich ganz wild auf exotische reisen aber ihre mutter hatte mit absicht ein land gewählt das so weit weg war wie möglich vielleicht hatte sie jemand neues kennengelernt aus welchem Grund auch immer sie wollte ein neues Leben anfangen und was mich den night rise begrüßen wenn ich nach hongkong zöge die night rise corporation das war der konzern für den ihr dad arbeitete ich weiß wie schwierig das für dich ist scarlet fuhr er fort zwei so gewaltige veränderungen aber wir möchten uns beide um dich kümmern du kannst dir aussuchen mit wem du leben willst eigentlich war es überhaupt nicht schwierig für scarlet sie hatte bereits darüber nachgedacht und eine lösung gefunden wieso kann ich nicht hier bleiben fragte sie allein mrs murdoch ist doch da ihr wollt das haus nicht verkaufen oder es ist mein zu hause außerdem will ich st genvieve nicht verlassen all meine freunde sind hier natürlich protestierten ihre eltern sie wollten scarlet mitnehmen wie sollte sie ohne sie zurecht kommen aber eigentlich wussten sie alle dass es so am besten und am einfachsten war mrs murdoch arbeitete nun schon zehn jahre für sie und kannte scarlet vermutlich genauso gut wie sie selbst in gewisser weise hätten sie nicht glücklicher sein können wenn sie selbst den vorschlag gemacht hätten es war vielleicht etwas unüblich aber eindeutig die beste lösung für alle und so war es entschieden ein paar wochen später reiste vanessa ab sie nahm scarlet in den arm und versprach ihr dass sie sich schon bald wiedersehen würden insgeheim fragte sich scarlet ob das nicht eher unwahrscheinlich war sie hatte sich zwar immer um ein enges verhältnis zu vanessa bemüht aber im Grunde hatten sie nichts gemeinsam sie waren nicht wirklich Mutter und Tochter und deshalb war es für scarlet auch keine wirkliche Trennung kurze Zeit später reiste Paul Adams nach Hongkong ab und plötzlich fand sich scarlet in einem neuen Abschnitt ihres Lebens wieder in dem sie quasi auf sich allein gestellt war aber wie sie erwartet hatte war es wirklich kaum anders als vorher Mrs. Murdoch war immer noch da kochte putzte und sorgte dafür dass sie zur Schule ging ihr vater rief regelmäßig an um sich zu vergewissern dass es ihr gut ging Vanessa schickte lange e-mails die lehrer die informiert waren achteten besonders auf sie scarlet war selbst erstaunt wie schnell sie sich an ihr verändertes leben gewöhnte sie war glücklich sie hatte viele freunde und Aiden war auch noch da die beiden unternahmen jetzt noch mehr zusammen sie gingen shoppen hörten Musik oder gingen mit Edens schwarzem Labrador auf der Gemeindewiese von Dulwich spazieren scarlet durfte wieder allein von der schule nach hause gehen genau genommen hatte sie jetzt sogar deutlich mehr freiheiten als vorher an den wochenenden ging sie ins kino sie übernachtete bei mädchen aus ihrer klasse sie hatte eine große rolle für die weihnachts aufführung bekommen was proben am späten nachmittag und stunden des text sie so dass sie keine zeit hatte darüber nachzudenken wie ungewöhnlich ihr leben war an einem novembertag änderte sich alles es war als miss chaplin ihr großes bombenkriegs projekt ankündigte einen ausflug in den osten von london joan chaplin war die kunstlehrerin von st genvier und berühmt dafür jünger netter und wesentlich lockerer zu sein als die vielen dinosaurier die das leererzimmer bevölkerten sie fand immer neue wege das interesse der mädchen zu wecken gewöhnlich indem sie mit ihnen ausflüge zu ausstellungen und veranstaltungen in ganz london unternahm eine klasse hatte den gewaltigen riss besichtigt der in den fußboden der tate gallery eingebaut worden war eine andere hatte einen in einem becken aufgehängten hai betrachtet eine installation des künstlers damien hurst noch wochen später hatten sie darüber diskutiert ob es sich dabei um ein kunstwerk gehandelt hatte oder nur um einen toten fisch viele der mädchen hatten als prüfungsthema den zweiten weltkrieg gewählt und zurzeit beschäftigten sie sich mit der bombardierung londons durch deutsche flieger miss chaplin hatte beschlossen dieses thema auch in ihrem kunstunterricht aufzugreifen ich möchte dass ihr ein gefühl für den geist jener zeit bekommt was macht es für einen sinn etwas darüber zu lernen wenn ihr es nicht fühlt sie verstummte kurz um ihren schülerinnen gelegenheit zum protestieren zu geben und als nichts kam fuhr sie fort ihr könnt jedes medium benutzen fotografie malerei collage oder meinetwegen auch modellieren mit ton ich möchte dass ihr mir eine vorstellung davon vermittelt wie es gewesen sein könnte im winter 1940 in london zu leben in der klasse war zustimmendes gemurmel zu hören einen ausflug zu machen war natürlich aufregender als alles nur in büchern nachzulesen scarlet freute sich besonders darauf geschichte und kunst gehörten zu ihren lieblingsfächern und jetzt bekam sie die gelegenheit beide miteinander zu verbinden am montag tennisplätze es war freitag und es regnete und es regnete der regen fiel in strömen der rasen war durchweicht so war es nun schon seit drei tagen natürlich werden wir nicht fahren können wenn sich das wetter nicht bessert und ich muss euch warnen der wetterbericht ist nicht besonders vielversprechend aber vielleicht haben wir trotzdem glück denkt bitte in jedem fall daran eure eltern die einwilligung unterschreiben zu lassen dann kam ihr noch ein gedanke und sie lächelte was meinst du scarlet das war eine art scherz in saint janvier scarlet adams schien immer zu wissen wie das wetter wurde niemand wusste wann das angefangen hatte aber alle waren sich darüber einig man brauchte sich nur anzusehen was scarlet anhatte und schon wusste man wie der tag werden würde wenn sie ihren schal vergaß wurde es warm wenn sie einen schirm dabei hatte regnete es nach einer weile fingen die anderen an sie nach ihrer meinung zu fragen wenn ein wichtiges tennis spiel oder ein picknick am fluss geplant waren redete man mit scarlet und wenn man darauf hoffte dass ein lästiger geländelauf abgesagt wurde würde sie es wissen natürlich hatte sie nicht immer recht aber etwa neunzig prozent ihrer vorhersagen stimmten jetzt sah sie aus dem fenster draußen war es grässlich dunkelgraue wolken bedeckten den gesamten himmel regentropfen rannen über die fensterscheiben es wird schön nach dem wochenende wird es aufklaren miss chaplin nickte ich hoffe du hast recht sie hatte recht es regnete den ganzen sonntag und in der nacht zum montag nieselte es aber als scarlet am montag morgen aufwachte war der himmel blau sogar mrs murdoch pfiff ein liedchen während sie scarlet lunch paket packte es war als wäre der sommer zu einem letzten gastauftritt zurückgekehrt der bus kam am späten vormittag der ausflug der den kunst und den geschichtsunterricht kombinierte sollte zwei schulstunden und die mittagspause dauern und wegen des londoner verkehrs würden die mädchen sicher nicht vor schulschluss zurück sein als sie in st gen rief abfuhren erklärte ihnen miss chaplin über das bus mikrofon was sie geplant hatte wir machen unsere mittagspause an der st paul's kathedrale sie ist interessant für uns weil sie trotz heftiger bombardierung nicht zerstört wurde dann bringt uns der bus nach shoreditch wo wir uns zu fuß umsehen werden da es noch zu feucht ist um draußen zu sitzen habe ich mich für st meredith in der moore street entschieden das ist eine der ältesten kirchen londons an dieser stelle stand bereits im 13 jahrhundert eine kapelle warum besichtigen wir eine kirche fragte eines der mädchen weil sie im krieg eine wichtige rolle gespielt hat viele menschen aus der nachbarschaft haben während der bombardierung dort zuflucht gesucht sie glaubten tatsächlich dass die kirche sie schützen würde dass sie dort sicher wären sie verstummte der bus hatte die themse erreicht und fuhr über die blackfriars brücke scarlet blickte aus dem fenster in der ferne sah sie das riesenrad das millennium wheel dessen silberner rahmen in der sonne glänzte der anblick machte sie traurig sie war in den ferien mit ihren eltern in diesem riesenrad gefahren das war eines der letzten dinge gewesen die sie gemeinsam gemacht hatten als sie noch eine familie waren allerdings ist sie am 2. oktober 1940 getroffen worden miss chaplin sprach immer noch über saint meredith scarlet hatte ihre gedanken schweifen lassen und deswegen nur die hälfte mitbekommen sie wurde nicht zerstört aber schwer beschädigt dort könnt ihr mit euren skizzenblöcken arbeiten wir haben die erlaubnis uns in der kirche aufzuhalten und ihr dürft euch überall umsehen versucht die atmosphäre zu spüren stellt euch vor wie es gewesen sein muss als überall die bomben explodiert sind miss chaplin schaltete das mikrofon aus und setzte sich auf den platz neben dem fahrer scarlet saß ein paar reihen hinter ihr neben ihrer freundin amanda die in derselben straße wohnte wie sie ihr fiel auf dass amanda die stirn runzelte was ist saint meredith antwortete amanda was ist damit amanda brauchte ein paar momente um sich zu erinnern da ist jemand ermordet worden vor ungefähr sechs monaten im ernst ja ganz sicher jedem anderen hätte scarlet das sicher nicht geglaubt aber sie wusste dass amanda sich sehr für morde interessierte sie hatte alle agatha christie krimis gelesen und verpasste auch keinen kriminalfilm im fernsehen und wer ist umgebracht worden ich erinnere mich nicht genau irgendein typ ein bibliothekar glaube ich er ist erstochen worden scarlet hielt das für ziemlich unwahrscheinlich und als der bus an der st paulskathedrale hielt ging sie zu miss chaplin zu ihrer verblüffung zögerte die lehrerin nicht einmal ja das stimmt dort gab es diesen sommer einen zwischenfall ein mann ist von einem unbekannten angegriffen worden ich glaube nicht dass die polizei den täter gefasst hat aber das alles ist schon so lange her es beunruhigt dich doch nicht oder scarlet nein natürlich nicht aber das war nicht die ganze wahrheit insgeheim beunruhigte es sie doch wenn sie auch nicht erklären konnte wieso sie hatte eine böse vorahnung die immer stärker wurde je näher sie der kirche kamen ihre kunstlehrerin hatte diesen teil londons aus gutem grund gewählt hier war der flickenteppich aus alt und neu besonders gut zu sehen und es gab große baulücken wo häuser oder sogar ganze straßen von den Bomben vernichtet worden waren die meisten geschäfte waren schäbig mit plastik schildern und schaufenstern voller dinge die die menschen vermutlich brauchten aber sicher nicht kaufen wollten staubsauger hundefutter 100 artikel für weniger als ein pfund ein hässliches parkhaus überragte die gebäude aber es war schwer sich vorzustellen wieso hier jemand parken sollte der verkehr rauschte auf vier spuren vorbei als könnten die Autofahrer nicht schnell genug weg kommen dennoch gab es ein paar hinweise darauf wie die gegend einst ausgesehen hatte eine gepflasterte gasse eine gaslampe eine rote telefonzelle ein haus mit säulen und einem eisernen zaun das london von vor siebzig jahren das war es was miss chaplin ihnen hatte zeigen wollen sie bogen in die moore street ein es war eine sackgasse schmal und voller pfützen und schlaglöcher auf einer straßenseite war eine kneipe und gegenüber ein waschsalon der allerdings geschlossen hatte saint meredith stand am ende der straße eine aus roten backsteinen gemauerte kirche die viel zu groß für dieses viertel war die schäden des krieges waren auf den ersten blick zu erkennen der turm war nachträglich angeflickt worden er hatte nicht einmal die gleiche farbe wie der rest des bauwerks und passte auch nicht richtig zu den riesigen eichentüren oder den fenstern mit ihren drinnen fühlte Scarlet sich noch unbehaglicher sie fuhr zusammen als die tür dröhnend hinter ihr zuschlug und der londoner verkehrslärm und ein großteil des tageslichts plötzlich wie abgeschnitten waren und damit jedes gefühl sich in einer modernen großstadt zu befinden das innere der kirche erstreckte sich bis zum weit entfernten silbernen kreuz über dem altar auf das ein strahl staubigen licht fiel überall sonst hielten die bunt glas fenster das licht fern und in der matten beleuchtung verschwammen die farben hunderte kerzen flackerten nutzlos nutzlos in eisernen haltern scarlet konnte die kleinen in die wände eingelassenen seiten kapellen erkennen auch wenn sie versuchte nicht an den mord zu denken der hier verübt worden war empfand sie st meredith trotzdem nicht als besonders heiligen ort diese kirche war einfach nur gruselig die anderen mädchen schienen ihre gefühle nicht zu teilen sie hatten ihre skizzenbücher herausgeholt saßen in den bank reihen unterhielten sich und zeichneten was sie draußen gesehen hatten miss chaplin sah sich die kanzel an die die form eines adlers hatte offenbar neigten die londoner nicht dazu nachmittags um zwei zu beten denn sie hatten die kirche für sich allein scarlet sah sich nach amanda um aber die freundin unterhielt sich auf der anderen seite des querschiffes mit einem anderen mädchen und so setzte scarlet sich hin und schlug ihren block auf sie musste aufhören an den mord zu denken um sich abzulenken machte sie sich stattdessen Gedanken über die menschen die in den bomben nächten in der Kirche Schutz gesucht hatten hatten die wirklich geglaubt dass saint meredith irgendwelche geheimen kräfte besaß und dass sie hier sicherer waren als in einem keller oder u-bahntunnel sie stellte sich vor wie sie hier gesessen und gebetet hatten während über ihnen die luftwaffe hinweg donnerte vielleicht würde sie das zeichnen sie schauderte sie hatte zwar einen mantel an aber es war eiskalt in der Kirche es kam mir hier drinnen kälter vor als draußen eine bewegung erregte ihre aufmerksamkeit ein reihe kerzen hatte geflackert als wäre eine brise vorbeigezogen war war jemand hereingekommen nein die tür war noch zu niemand hätte sie öffnen und schließen können ohne dass sie es gehört hätte ein junge ging vorbei im ersten augenblick nahm scarlet ihn kaum war er bewegte sich im schatten an der seite und ging zwischen den säulen und den seiten kapellen in richtung altar er machte kein geräusch nicht einmal seine schritte auf dem marmor fußboden waren zu hören er hätte auch schweben können sie sah ihn an als er vorbeiging und einen moment lang fiel das licht einer nackten glühbirne auf sein gesicht sie kannte ihn einen augenblick lang war sie vollkommen durcheinander weil sie nicht wusste woher sie ihn kannte und plötzlich fiel es ihr ein es war total verrückt es war unmöglich andererseits bestand nicht der geringste zweifel es war ein junge aus ihrem traum einer der vier die sie so oft zusammen in dieser grauen wüste gesehen hatte sie wusste sogar wie er hieß es war matt Er war ungefähr in ihrem Alter, wenn auch etwas an ihm war, was ihn älter wirken ließ. Vielleicht war es seine Art zu gehen, dieses Zielstrebige. Er ging wie jemand, der eine Menge Probleme und Verantwortung hat. Was machte er hier? Wie war er überhaupt hereingekommen? Scarlet drehte sich zu einem Mädchen um, das in ihrer Nähe saß und dem Gekritzel auf seinem Block zufolge eine riesige Explosion malte. »Hast du ihn gesehen?« »Wen?« »Den Jungen, der gerade vorbeigegangen ist.« Das andere Mädchen sah sich um. »Was für ein Jungen?« Scarlet wandte sich wieder nach vorn. Der Junge war verschwunden. Einen Moment lang zweifelte sie an sich selbst. Hatte sie ihn sich nur eingebildet? Aber dann sah sie ihn wieder, ein Stück von ihr entfernt. Er stand vor einer Tür. Nach einem Augenblick des Zögerns drehte er den Türgriff und ging hindurch. Die Tür schloss sich hinter ihm. Scarlet folgte ihm. Sie tat es, ohne darüber nachzudenken. Sie legte einfach ihren Block hin, stand auf und ging ihm nach. Erst als sie schon vor der Tür stand, fragte sie sich, was sie hier eigentlich machte. Sie jagte jemandem hinterher, den sie nie getroffen hatte, der vielleicht nicht einmal existierte. Was, wenn sie ihm plötzlich gegenüberstand? Was sollte sie sagen? »Hi, ich bin Scarlet und habe von dir geträumt. Hast du Lust auf einen Big Mac?« Er würde sie für verrückt halten. Die Tür, durch die er gegangen war, befand sich in der Außenwand unter einem Buntglasfenster, das so düster und verdreckt war, dass man das Bild nicht mehr erkennen konnte. Scarlet vermutete, dass die Tür nach draußen führte, vielleicht auf den Friedhof, falls die Kirche einen hatte. Die Tür sah irgendwie merkwürdig aus. Sie war sehr klein, was überhaupt nicht zum Rest der Kirche passte. Ins Holz war ein Symbol eingeschnitzt, ein fünfzackiger Stern. Sie zögerte. Bei Klassenausflügen durften sie sich nicht von der Gruppe entfernen. Aber sie würde ja nicht weggehen. Wenn sie den Jungen auf der anderen Seite der Tür nicht sah, würde sie einfach wieder hineingehen. Statt einer Türklinke hatte die Tür einen eisernen Ring. Sie drehte ihn und ging hindurch. Zu ihrer Verblüffung landete sie nicht auf der Straße, sondern in einem breiten, hell erleuchteten Gang. Lodernde Fackeln steckten in eisernen Wandhaltern und die Flammen züngelten hoch zur Gewölbedecke. Der Gang war vollkommen schmucklos und wirkte alt und neu zugleich, denn der Putz bröckelte zwar ab, aber darunter kamen Ziegelsteine zum Vorschein. Es musste eine Art Kreuzgang sein, den die Priester benutzten, wenn sie ihre Ruhe haben wollten. Aber der Gang passte nicht zum Rest von St. Meredith. Er hatte nicht nur eine andere Farbe, auch Größe und Form passten nicht. Außerdem war es lausig kalt, viel kälter als vorher. Als Scarlet ausatmete, hatte sie eine Dampfwolke vor dem Gesicht. Es kam ihr vor, als stünde sie in einem Kühlschrank. Dabei hatten sie doch gerade erst die erste Novemberwoche. Es fühlte sich an, als wäre tiefster Winter. Sie rieb sich in der beißenden Kälte die Arme. Ihr gegenüber saß ein Mann auf einem Stuhl mit dem Gesicht zur Tür. Anfangs war ihr nicht aufgefallen, weil er im Schatten saß. Mit der langen, schmutzig-braunen Kutte, die ihm bis auf die in Sandalen steckenden nackten Füße reichte, sah er aus wie ein Mönch. Er hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und saß zusammengesunken da. Scarlet hatte bereits beschlossen, kehrzumachen und zurückzugehen, doch bevor sie sich bewegen konnte, schaute er auf. Scarlet schnaufte entsetzt auf, als seine Kapuze zurückfiel. Er war einer der hässlichsten Männer, die sie jemals gesehen hatte. Er war vollkommen kahl und die Haut spannte sich über seinem Schädel, der weiß und tot aussah. Sein Kopf war irgendwie deformiert, er war zu schmal und eine Seite war eingedrückt wie ein Ei, auf das man mit dem Löffel geschlagen hatte. Seine eingesunkenen Augen waren schwarz und er hatte gräßliche Zähne, die sichtbar wurden, als er seine dünnen Lippen zu einem Lächeln verzerrte, sodass sie aussahen wie eine Messerwunde. Was hatte er hier gemacht? Wieso saß er hier? Sie sah nach links und rechts, aber es war sonst niemand da. Der Junge namens Matt, wenn er es überhaupt gewesen war, war verschwunden. Der Mann sagte etwas. Scarlet verstand kein einziges seiner knarrenden Worte. Es hörte sich an wie Russisch oder Polnisch oder so etwas. Scarlet wich zurück. Tut mir leid, ich muss mich in der Tür geirrt haben. Sie fuhr herum und griff hektisch nach dem Türgriff, doch der Mönch war schneller. Er sprang auf, packte ihre Schultern und zerrte sie von der Tür weg. Er war sehr stark. Seine Finger krallten sich in sie wie Stahlzangen. Loslassen! Sein knochiger Arm legte sich um ihre Kehle und hinderte sie am Atmen. Er hielt sie mit einer unglaublichen Kraft fest und schrie noch mehr Worte, die sie nicht verstand. Seine Stimme klang schrill wie die Schreie eines Tieres. Am Ende des Ganges tauchte ein zweiter Mönch auf. Scarlet konnte ihn nicht genau sehen. Sie erhaschte nur einen Blick auf die wehende Kutte, als er auf sie zurannte. Trotzdem kämpfte sie weiter. Sie versuchte mit beiden Händen nach den Augen des Mönchs zu krallen. Sie trat mit einem Fuß nach hinten und rammte ihren Ellbogen dorthin, wo sie seinen Magen vermutete. Aber sie erwischte ihn nicht. Und dann warf sich der zweite Mönch auf sie. Im nächsten Augenblick lag sie auf dem Rücken, die Arme über dem Kopf ausgestreckt. Sie zappelte und wand sich, und die Haare fielen ihr übers Gesicht. Die Mönche lachten nur. Scarlet spürte den kalten Steinboden unter ihrem Rücken, als die beiden Männer sie wegschleiften. Pater Gregory Die Zelle war winzig. Weniger als zehn Quadratmeter und vollkommen leer. Nicht einmal einen Stuhl oder eine Bank gab es darin. An den gemauerten Wänden waren Überreste abgeblätterter Farbe zu erkennen, was vermuten ließ, dass sie irgendwann einmal gestrichen gewesen sein mussten. Die Tür bestand aus drei dicken Brettern, die mit Metallbändern verbunden waren. Es gab ein vergittertes Fenster, doch es war so hoch oben, dass selbst jemand, der deutlich größer war als Scarlet, nicht hätte hinaussehen können. Zusammen gesunken auf dem Steinboden konnte sie gerade mal einen schmalen Streifen Himmel sehen. Aber schon dieser Anblick reichte aus, um ihr Angstschauer über den Rücken zu jagen. Denn es war dunkel. Noch nicht ganz dunkel, aber fast. Ihr wurde bewusst, dass es in nur wenigen Stunden stockfinster in ihrer Zelle sein würde, weil man ihr weder eine Kerze noch elektrisches Licht gegeben hatte. Aber wie war das möglich? Es war ungefähr zwei Uhr gewesen, als sie St. Meredith betreten hatte. Und die Sonne hatte geschienen. Jetzt plötzlich war es früher Abend. Wo war die Zeit dazwischen geblieben? Scarlet zitterte. Aber nicht nur vor Angst. Es war eiskalt in der Zelle. Das Fenster hatte keine Scheibe und es gab keine Heizung. Die nackten Mauern machten alles noch schlimmer. Zum Glück hatte sie ihren Wintermantel an, den sie jetzt eng um sich zog. So kalt war ihr noch nie gewesen. Scarlet konnte sogar die Knochen in ihren Armen und Beinen spüren. Sie fühlten sich so hart und kalt an, dass sie glaubte, sie müssten zerspringen. Verzweifelt überlegte sie, was passiert sein konnte. Aus Gründen, die sie nicht einmal ahnte, hatte ein Mann, den sie nie zuvor gesehen hatte, sie gepackt und in diese Zelle gesperrt. War sie vielleicht in irgendeinen geheimen Trakt der Kirche geraten, den niemand sehen durfte? Der dunkle Himmel widersprach dieser Theorie. Er und die Eiseskälte. Außerdem fiel ihr wieder ein, dass der Mönch eine fremde Sprache gesprochen hatte. Sie war nicht mehr in London. Es war verrückt, aber sie musste den Tatsachen ins Auge sehen. Vielleicht war sie ohnmächtig geworden, als der Mönch sie gepackt hatte. Vielleicht hatten sie sie betäubt und sie war ohne Bewusstsein gewesen, ohne es zu merken. Alles deutete darauf hin, dass dies hier nicht England war. Irgendwie hatte man sie weggeschafft. Plötzlich wurde sie wütend, rappelte sich auf und ging zur Tür. Sie würde ganz sicher nicht herumsitzen und darauf warten, dass die Kerle zurückkamen. Was, wenn sie nie zurückkamen? Dann würde sie hier sterben. Scarlet erkannte schnell, dass die Tür kein Ausweg war. Jedenfalls nicht, solange sie nicht jemand von der anderen Seite aufschloss. Sie war massiv und hatte ein Loch für einen altmodischen Schlüssel. Scarlet schaute durchs Schlüsselloch, aber es gab nichts zu sehen. Sie richtete sich wieder auf und hämmerte mit den Fäusten gegen das Holz. Hey, komm zurück! Lasst mich raus! Aber es kam niemand. Sie war sich nicht einmal sicher, ob man ihre Stimme draußen hören konnte. Damit blieb nur noch das Fenster. Ob sie an dem groben Mauerwerk zu ihm hochklettern konnte? Scarlet versuchte es, aber ihre Fingerspitzen fanden nicht genügend Halt. Außerdem standen die Gitterstäbe so eng zusammen, dass sie sich nicht hätte hindurchquetschen können, selbst wenn auf der anderen Seite ein Ausweg gewesen wäre. Nein, sie steckte in einem massiven Kasten, ohne Falltüren, ohne Geheimgänge, ohne magischen Weg nach draußen. Ihr blieb nichts anderes übrig, als zu warten, bis jemand kam. Sie ließ sich in einer Ecke nieder und rollte sich zu einer Kugel zusammen, um nicht auch noch die letzte Körperwärme zu verlieren. Das Komische war, dass sie eigentlich Todesangst hätte haben müssen. Sie war vollkommen hilflos. Eine Gefangene. Dieser Ort war böse, das wusste sie instinktiv. Aber sie konnte immer noch nicht fassen, dass dies alles tatsächlich passierte, und das machte es irgendwie schwer, Angst zu haben. Es war eher wie ein schlechter Traum. Wenn sie erst herausgefunden hatte, wie sie hierher gekommen war, konnte sie sich vielleicht auch Gedanken darüber machen, was als nächstes passieren würde. Eine Stunde verging, vielleicht auch zwei. Dann endlich hörte sie das Geräusch eines Schlüssels im Schloss. Die Tür ging auf, und zwei Mönche betraten die Zelle. Scarlet hätte nicht sagen können, ob es dieselben waren, die sie gefangen genommen hatten, denn sie hatten alle dieselben Kutten an. Die Mönche hatten die Kapuzen über dem Kopf und waren abgemagert wie Skelette. Hätte man sie vor eine Wand gestellt, hätten sie sich kaum davon abgehoben. Einer von ihnen bellte ein Kommando in der merkwürdigen, groben Sprache, die sie schon gehört hatte. Als er sah, dass sie ihn nicht verstand, bedeutete er ihr, mit einer ungeduldigen Handbewegung, dass sie aufstehen sollte. Scarlet gehorchte. Sie verzog keine Miene, aber ihr Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Wenn die beiden sie mit nach draußen nahmen, konnte sie sich vielleicht losreißen. Dann würde sie durch den Gang zurückrennen und den nächsten Ausgang finden. In welchem Land sie auch sein mochte, es gab jedoch bestimmt Polizisten oder sonst jemanden, der ihr helfen konnte. Sie würde sich irgendwie verständlich machen und zusehen, dass sie wieder nach Hause kam. Aber im Moment bewachten die Mönche sie zu gut. Sie führten sie nach draußen, wobei einer die ganze Zeit über direkt neben ihr war und der andere hinter ihr, so dicht, dass sie sie sogar riechen konnte. Die beiden hatten sich schon sehr lange Zeit nicht mehr gewaschen. Als sie den Gang erreichten, zögerte Scarlet, doch die beiden stießen sie sofort grob vorwärts. Sie bogen nach links ab. Wo war sie? Es sah aus wie eine alte Burg oder ein Kloster. Aber eines war sicher. Es war schon vor langer Zeit verlassen worden. Alles war heruntergekommen und vernachlässigt. Von den zerbröckelnden Mauern bis zum unebenen und rissigen Steinfußboden. In dessen Spalten irgendeine Art von Schimmel wucherte. Nackte Glühbirnen hingen an Drähten von der Decke. Es gab also Strom. Aber sie leuchteten nur matt und flackerten. Sie waren kaum hell genug, um ihren Weg zu beleuchten. Die Luft war feucht und es roch entfernt nach Klärgrube. Scarlet bemerkte ein Ölgemälde in einem goldenen Rahmen. Es zeigte eine Kreuzigungsszene, aber die Farben waren verblasst und die Leinwand zerrissen. Darunter stand ein antikes Schränkchen mit einem eisernen Kerzenhalter darauf. Eine Tür stand offen und auf dem Boden lagen Papiere verstreut. Als sie an eine Ecke kamen, konnte Scarlet zum ersten Mal einen Blick nach draußen erhaschen. Eine Reihe steinerner Bogen führte auf eine Terrasse und in den dahinterliegenden Garten. Scarlet blieb abrupt stehen. Ihre schlimmsten Befürchtungen hatten sich bewahrheitet. Jetzt wusste sie genau, dass sie nicht mehr in England war. Der Garten war schneebedeckt. Die Bäume hatten keine Blätter und auf ihren Ästen lag Schnee. Die Landschaft war komplett weiß. Es waren keine anderen Gebäude zu sehen und nirgendwo ein Licht. Das Kloster musste in irgendeiner Einöde stehen. Aber wie war sie hierher gekommen? Hatte man sie betäubt und in ein Flugzeug gesetzt? Scarlet durchforstete ihr Gehirn. Aber da war nichts. Nichts, was auf eine Reise hindeutete. Keine Erinnerung daran, dass sie England verlassen hatte und irgendwo anders angekommen war. Dann versetzte ihr einer der Mönche einen Stoß in den Rücken, der sie zum Weitergehen zwang. Sie kamen in einen Saal, der von einem riesigen Kronleuchter erhellt war. Allerdings nicht elektrisch, sondern bestückt mit Kerzen. Mindestens hundert Stück, deren Wachs heruntertropfte und zu Wucherungen erstarrt war, die Scarlet an Formationen erinnerte, die sie einmal in einer Höhle gesehen hatte. Einige Kerzen tropften auf den runden Tisch. Dort lag eine leere Flasche neben schmutzigen Tellern und Gläsern und schimmeligen Brotresten. Hier hatte jemand zur Abend gegessen. Aber das war Tage oder Wochen her. Es waren aber trotzdem keine Ratten oder Küchenschaben zu sehen. Dafür war es zu kalt. Von dem Saal gingen mehrere Türen ab. Die beiden Mönche führten sie zur Nächtegelegenen. Einer öffnete sie, der andere stieß sie hindurch. Er hatte ihr wehgetan. Und Scarlet fuhr herum und beschimpfte ihn. Der Mönch lächelte nur und trat zurück. Der andere ging mit ihm. Die Tür schloss sich. Scarlet drehte sich um und betrachtete ihre neue Umgebung. Dies war das einzige halbwegs gemütliche Zimmer, das sie bisher gesehen hatte. Hier gab es einen Teppich auf dem Boden, zwei Sessel, Bücherregale und einen Schreibtisch. Es war auch wärmer. Im Kamin brannte ein Kohlefeuer. Und obwohl die Flammen niedrig waren, spürte sie ihre Wärme und konnte den Brandgeruch riechen. An den Wänden hingen noch mehr religiöse Gemälde. Es gab auch ein Fenster. Aber mittlerweile war es zu dunkel, um draußen etwas zu sehen. Hinter dem Schreibtisch saß ein Mann. Auch er trug eine Kutte, aber seine war schwarz. Bisher hatte er nichts gesagt. Doch seine Augen fixierten Scarlet, bis sie schließlich unsicher auf ihn zuging. Er war der älteste Mann, den sie bisher gesehen hatte. Mindestens zwanzig Jahre älter als die anderen. Mit dem gleichen, kahlgeschorenen Kopf und den eingesunkenen Augen. Um seine Ohren wucherten Büschel weißer Haare. Und er hatte dicke weiße Augenbrauen, die aussahen, als wären sie angeklebt. Seine Nase war lang und zu dünn für sein Gesicht. Das Gleiche galt für seine Finger, die er auf der Schreibtischplatte ausgebreitet hatte. Er wandte den Blick nicht von Scarlet ab. Und als sie näher kam, sah sie, dass er eine Wucherung in einem Auge hatte. Die ganze Augenhöhle war rot und näßte. Es war fast, als würde er genauso verrotten wie das Gebäude. Scarlet schauderte. Und im Anblick wurde er übel. Der Mann hatte immer noch kein Wort gesagt. Scarlet baute sich vor seinem Schreibtisch auf. Sie hatte beschlossen, sich trotz allem nicht von ihm einschüchtern zu lassen. Wer sind Sie? Wo bin ich? Warum haben Sie mich hergebracht? Seine Augen weiteten sich vor Überraschung. Zumindest eines. Das erkrankte Auge hatte seine Beweglichkeit wohl schon vor langer Zeit verloren. Du bist Engländerin? Scarlet war erstaunt. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass er ihre Sprache sprechen würde. Ja. Bitte, setz dich. Er deutet auf einen der Sessel. Möchtest du etwas Warmes trinken? Es gibt sicher bald Tee. Scarlet schüttelt den Kopf. Ich will keinen Tee. Ich will dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Warum halten Sie mich hier fest? Ich habe dich gebeten, dich zu setzen. Und ich würde dir raten, zu tun, was man dir sagt. Er erhob nicht die Stimme. Er klang nicht einmal bedrohlich. Aber irgendwie wußte Scarlet, dass es ein Fehler wäre, ihm nicht zu gehorchen. Sie konnte es in seinen Augen sehen. Die Pupillen waren schwarz und tot. Und es schien ihm schwer zu fallen, sie auf einen bestimmten Punkt zu richten. Es waren die Augen eines Wahnsinnigen. Sie setzte sich hin. Schon besser. Und jetzt sollten wir uns einander vorstellen. Wie ist dein Name? Ich heiße Scarlet Adams. Scarlet Adams. Er wiederholte es so zufrieden, als wäre es genau das, was er hatte hören wollen. Von wo kommst du? Ich lebe in Dalitsch, in London. Bitte, bitte, sagen Sie mir, wo ich bin. Er hob einen Finger. Der Fingernagel war gelb und verformt. Ich werde dir alles sagen, was du wissen willst. Aber erst verrate mir etwas. Du weißt wirklich nicht, wie du hergekommen bist? Nein, ich war in einer Kirche. In London? Ja, ich bin durch eine Tür gegangen. Dann hat mich einer der Leute von hier festgehalten. Mehr weiß ich nicht. Er nickte langsam. Sein Blick bohrte sich immer noch in sie. Und Scarlet spürte das dringende Verlangen, wegzuschauen, weil sie fürchtete, er würde sie sonst verschlingen. Du bist in der Ukraine. In der Ukraine? Einen Moment lang schien sich alles zu drehen. Aber das ist... Es war irgendwo in der Nähe von Russland, auf der anderen Seite der Erde. Dies ist das Kloster Ruf nach Gnade. Ich bin Pater Gregory. Er sah Scarlet ein wenig traurig an, als enttäuschte es ihn, dass sie es nicht verstand. Deine Ankunft hier ist ein Wunder. Wir warten schon fast 20 Jahre auf dich. Das ist unmöglich. Wie meinen Sie das? Ich lebe doch noch gar keine 20 Jahre. Scarlet hatte das Ganze allmählich satt. Ihr war schlecht. Vor Erschöpfung und Verwirrung. Wieso sprechen Sie Englisch? Natürlich wusste sie, dass das eine dumme Frage war, aber sie brauchte jetzt eine einfache Antwort. Sie wollte etwas hören, das einen Sinn ergab. Ich habe die ganze Welt bereist. Ich habe sechs Jahre in deinem Land verbracht. In einem Priesterseminar. In der Nähe der Stadt Bath. Wieso haben Sie gesagt, dass Sie schon auf mich gewartet haben? Wie meinen Sie das? Plötzlich ging die Tür auf und einer der Mönche kam mit einem Bronzetablett herein, auf dem zwei Teegläser standen. Scarlet vermutete, dass Pater Gregory den Tee schon bestellt hatte, bevor man sie hereingebracht hatte. Denn in diesem Raum gab es keine sichtbaren Kommunikationsmittel, kein Telefon und keinen Computer, nichts Modernes, abgesehen von der Schreibtischlampe, die einen Flecken gelbes Licht spendete. Der Mönch stellte das Tablett ab und ging wieder. Bedien dich! Scarlet gehorchte. Die Flüssigkeit war glühend heiß und das Glas verbrannte ihr die Finger. Sie nippte daran. Der Tee schmeckte nach Kräutern und es war so viel Zucker darin, dass ihr die Lippen zusammenklebten. Sie stellte das Glas wieder hin. Ich werde dir meine Geschichte erzählen. Nicht dir zuliebe, sondern weil es mir so gefällt. Weil ich mich manchmal gefragt habe, ob dieser Tag jemals kommen würde. Dass du nun hier sitzt, ist mehr als ein Wunder. Mein ganzes Leben war auf diesen Augenblick ausgerichtet. Vielleicht ist er sogar der einzige Grund, aus dem ich überhaupt lebe. Scarlet unterbrach ihn nicht. Je mehr er redete, desto eifriger wurde er. Das Kohlefeuer spiegelte sich in seinen Augen. Aber selbst wenn das Feuer nicht da gewesen wäre, hätten seine Augen vielleicht trotzdem so gefunkelt. Ich wurde vor 62 Jahren in Moskau geboren, der Hauptstadt der damaligen Sowjetunion. Mein Vater war Politiker, aber ich wusste schon als Knabe, dass ich der Kirche dienen wollte. Mir gefiel die Welt nicht, in die ich hineingeboren war. Die anderen Kinder in meiner Schule waren bösartig und dumm. Ich war klein für mein Alter und wurde oft gequält. Freunde zu finden, ist mir nie leicht gefallen. Auch meine Eltern habe ich nicht gemocht. Sie haben mich nicht verstanden, sie haben es nicht einmal versucht. Ich war 19, als ich meinem Vater sagte, dass ich einem Orden beitreten würde. Er war entsetzt. Ich war sein einziger Sohn und er hatte stets angenommen, dass ich in die Politik gehen würde, wie er. Er versuchte es mir auszureden. Er schickte mich auf eine Weltreise, in der Hoffnung, dass ich meine Meinung ändern würde, wenn ich erst all die Reichtümer des Westens gesehen hätte. Tatsächlich war es genau umgekehrt. Alles, was ich in Europa und Amerika sah, widerte mich an. Reiche Familien mit riesigen Häusern, teuren Autos lebten nur einen Kilometer entfernt von Kindern, die starben, weil sie sich keine Medikamente leisten konnten. Und an die Kriege, in denen sich Menschen gegenseitig töten und verstümmeln, nur weil die Politiker zu dumm sind, eine andere Lösung zu finden. Der Lärm des modernen Lebens, die Flugzeuge und Autos, der Breton, der das Land erstickt, die Umweltverschmutzung und der Müll. Menschen, Millionen von ihnen, die zu Arbeitsstellen eilen, die sie hassen. Scarlet zuckte mit den Schultern. Sie waren also unglücklich. Und was hat das mit mir zu tun? Es hat alles mit dir zu tun. Und wenn du mich noch einmal unterbrichst, lasse ich dich auspeitschen, bis dir die Haut in Fetzen vom Rücken hängt. Pater Gregory wartete auf eine Reaktion. Scarlet war total geschockt, wollte es sich aber nicht anmerken lassen. Also sagte sie nichts. Ich besuchte ein Priesterseminar in England und wurde Mitglied dieses Ordens. Ich verbrachte sechs Jahre dort, weitere drei in der Toskana und kam dann schließlich hierher. Das war vor 30 Jahren. Als ich ankam, war das hier ein sehr schöner und friedvoller Ort, eine Zuflucht vor dem Rest der Welt. Das Wetter war rau und die Tage waren im Winter kurz, aber die Lebensweise sagte mir zu. Sechsmal am Tag beten, einfache Mahlzeiten und schweigen beim Essen. Wir haben unsere Nahrung selbst angebaut. Ich habe viele hundert Stunden damit verbracht, in der unfruchtbaren Erde rund um das Kloster herumzuhacken. Wenn ich nicht auf den Feldern gearbeitet habe, war ich in den Dörfern der Umgebung und habe den Armen und Kranken geholfen. Ein heiliges Leben, Scarlett? Und so hätte es bleiben können. Aber dann hat sich alles geändert. Und das nur wegen einer Tür in der Wand. Pater Gregory hatte seinen Tee nicht angerührt, aber jetzt griff er plötzlich mit Daumen und Zeigefinger nach seinem Glas und stürzte die heiße Flüssigkeit in einem Zug hinunter. Scarlett sah, wie sein Hals beim Schlucken anschwoll. Es war, als sähe man einem Kranken dabei zu, wie er seine Medizin nahm. Ich war von Anfang an fasziniert davon. Eine Tür, die zu einem anderen Gebäude zu gehören scheint und auf der sich ein Symbol, ein fünfzackiger Stern, befindet, der nichts mit dem Kloster zu tun hat. Eine Tür, die nirgendwo hinführt. Er hob die Hand, damit sie ihn nicht unterbrach. Sie führte nirgendwo hin, Kind. Glaube mir, auf der anderen Seite war ein kurzer Korridor und ansonsten nur glatte Mauern. Zu jener Zeit wurde das Kloster von einem Abt geleitet, der viel älter war als ich. Sein Name war Pater Janek. Als wir eines Tages zusammen im Kreuzgang waren, fragte ich ihn danach. Er wollte es mir nicht sagen. Eine einfache Lüge hätte meine Neugier besänftigt, aber Pater Janek war ein zu guter Mensch, um zu lügen. Stattdessen sagte er mir, ich sollte keine weiteren Fragen stellen. Dann beschleunigte er seinen Schritt und als er fortging, erkannte ich, dass er Angst hatte. Von diesem Tag an war ich von der Tür besessen. Wir hatten hier eine umfassende Bibliotheksgarlett mit mehr als 10.000 Büchern, von denen die meisten inzwischen wohl verrottet sind. Einige davon waren Jahrhunderte alt. Ich habe sie alle durchgesehen. Es hat mich viele Jahre gekostet. Allmählich, ein Satz hier, eine Textstelle dort, tauchte eine Geschichte auf. Aber am Ende war es ein Buch, die geheime Kopie des Tagebuchs eines spanischen Mönchs von 1532, das mir alles verriet, was ich wissen wollte. Er verstummte und musterte das Mädchen, als wäre es das Wertvollste, das er je gesehen hatte. Scarlett war angewidert und versuchte nicht, es zu verbergen. Die Augen unter den weißen Brauen verschlangen sie förmlich. Sie konnte die Spucke auf den Lippen des Mönches sehen. »Die Alten«, flüsterte er. Und obwohl Scarlett diese Worte nie zuvor gehört hatte, bedeuteten sie etwas für sie, eine Erinnerung aus ferner Vergangenheit. Das Tagebuch hat mir von der großen Schlacht berichtet, die vor zehntausend Jahren stattfand, als die Alten die Welt regierten und die Menschen ihre Sklaven waren. Das pure Böse. Die Bibel erzählt von Teufeln, von Lucifer und Satan. Aber das sind nur erfundene Geschichten. Die Alten sind real. Sie waren hier. Und Chaos, ihr Herrscher, hatte mehr Macht als alles andere im Universum. Und was ist aus ihnen geworden? Auch Scarlett flüsterte, ohne es zu wollen. Abgesehen von den knisternden Flammen im Kamin war es totenstill im Raum. Sie wurden besiegt und vertrieben. Da waren fünf Kinder. Sie wurden als die Torhüter bekannt. Vier Jungen und ein Mädchen. Er sah Scarlett immer noch an und irgendwie wusste sie, was jetzt kommen würde. Du bist das Mädchen. Scarlett schüttelte den Kopf. Sie müssen sich irren. Das ist doch verrückt. Ich bin gar nichts. Ich bin nur ein Schulmädchen. Ich gehe in London zur Schule. Was glaubst du, wie du hergekommen bist? Der Mönch zeigte mit einem Finger in Richtung Tür. Der Finger bebte. Aus seinem kranken Auge ran Flüssigkeit wie eine einzelne Träne. Du hast das Kloster und den Schnee gesehen. Du weißt, dass du nicht mehr in London bist. Sie haben mich unter Drogen gesetzt. Du bist durch die Tür gekommen. Das stand alles in dem Tagebuch. Es gibt fünfundzwanzig solcher Türen auf der ganzen Welt. Sie sind für die Torhüter, die mit ihnen große Strecken in Sekunden zurücklegen können. Nur die Torhüter können sie benutzen. Sonst niemand. Wenn ich durch die Tür gehe, lande ich in einer Sackgasse. Aber bei dir ist das anders. Dich hat sie hergeführt. Scarlett schüttelte den Kopf. Nichts von dem, was sie gehört hatte, ergab einen Sinn. Sie wusste nicht einmal, wo sie anfangen sollte. Ich bin keine zehntausend Jahre alt. Sehen Sie mich doch an, ich bin fünfzehn. Du hast zweimal gelebt, zu verschiedenen Zeiten. Das ist nicht zu glauben. Nach all diesen Jahren einen Torhüter zu treffen und dann festzustellen, dass er keine Ahnung hat, wer oder was er ist. Sie sagten, dass es hier einen Abt gibt. Ich möchte mit ihm reden. Vater Janik ist tot. Ich habe dir den Rest meiner Geschichte noch nicht erzählt. Vielleicht willst du es dann verstehen. Du hast deinen Tee noch nicht getrunken? Ich will ihn nicht. Du solltest nehmen, was man dir gibt, solange du es noch kannst, Kind. Dir steht eine schmerzvolle Zukunft bevor. Scarlett's Tee stand direkt vor ihr. Sie spielte mit dem Gedanken, das Glas zu nehmen und ihm den Inhalt ins Gesicht zu schütten. Aber das würde nichts bringen. Wahrscheinlich war das Zeug mittlerweile nur noch lauwarm. Die Entdeckung des Tagebuches und anderer Texte hat mein Leben verändert. Ich begann, ich begann über die Gründe nachzudenken, die mich ins Kloster geführt hatten. Glaubte ich wirklich, dass Religion, Gebete und Fasten mir helfen würden, die Welt zu verändern? Oder benutzte ich die Religion nur, um mich vor ihr zu verstecken? Plötzlich wusste ich, was mich hergeführt hatte? Hass! Ich hasste die Welt. Ich hasste die Menschheit. Und zu Gott zu beten, dass er uns erlöst, ist lächerlich. Gott interessiert sich nicht für uns. Wenn er es täte, sollte man doch meinen, dass er schon vor Jahrhunderten etwas unternommen hätte. Ich habe mein ganzes Leben an eine Illusion vergeudet. All diese Gebete, die gleichen Worte, immer und immer wieder gesprochen, macht das wirklich Sinn, natürlich nicht. Die Bitten um Gnade, die nie gewährt wird. Das Knien, das Schlagen des Kreuzes, das Singen von Chorälen, während sich die Menschen draußen auf den Straßen umbringen und versuchen, so viel Geld zu machen, wie sie können, um es dann nur für sich auszugeben und zur Hölle mit allen anderen. Liest du keine Zeitung? Was steht denn darin, außer Mord, Wolllust und Gier, Tag für Tag? Erkennst du denn nicht die Natur der Welt, in der du lebst? Es gibt keinen Gott, Scarlett. Das weiß ich jetzt. Aber es gibt die Alten. Sie sind unsere naturgegebenen Herren. Sie verdienen es, über die Welt zu herrschen. Denn die Welt ist genauso böse, wie sie es sind. Er verstummte und holte tief Atem. Scarlett sah ihn mit einer Mischung aus Mitleid und Abscheu an. Ihr war bereits klar geworden, dass es hier nicht um Gott oder Religion ging. Es ging um einen Mann, in dem nichts mehr war. Die Jahre hatten Pater Gregory so weit ausgehöhlt, dass nichts mehr übrig war. Ich werde meine Geschichte zu Ende erzählen, und dann wirst du in deine Zelle zurückgebracht. Du wirst nicht lange bei uns bleiben, Scarlett? Vor dir liegt eine lange Reise, von der du nicht zurückkehren wirst. Scarlett sagte nichts. Sie wusste, dass er versuchte, ihr Angst zu machen. Leider musste sie sich eingestehen, dass es ihm gelang. Eine lange Reise? Wohin? Und wie würden sie sie dort hinbringen? Würden sie sie zwingen, durch eine weitere Tür zu gehen? Pater Gregory schloss ein paar Sekunden lang die Augen. Dann sprach er weiter. Als ich herkam, gab es 24 Brüder im Kloster. Ich wusste, dass einige genauso empfanden wie ich. Sie waren desillusioniert. Ihr Leben war hart. Es gab keine Belohnungen. Die Dorfbewohner, denen wir halfen, waren nicht einmal dankbar. Nach und nach horchte ich sie aus. Ich berichtete ihnen, was ich herausgefunden hatte. Wie viele von ihnen würden ihre Religion aufgeben und sich stattdessen den Alten zuwenden? Am Ende waren es schließlich sieben. Sieben von vierundzwanzig. Bereit für ein neues Abenteuer. Wir hätten natürlich fortgehen können. Aber ich wusste, dass das nicht in Frage kam. Wir waren aus einem bestimmten Grund hier. Und dieser Grund war die Tür. Sie war schon lange da, bevor es das Kloster gab. Warum das Kloster ausgerechnet hier erbaut wurde? Das liegt daran, dass seine Erbauer wussten, dass die Tür irgendwelche magischen Fähigkeiten hat, auch wenn sie vergessen hatten, welche. Verstehst du, Kind? Das Kloster wurde um die Tür herum gebaut. Wie auch die anderen Türen auf der ganzen Welt Verbindungen zu heiligen Städten haben. Kirchen, Tempeln, Begräbnisstätten, Höhlen. Wir sieben kamen überein, dass wir hierbleiben und den Alten dienen würden. Wir würden die Tür bewachen. Und sollte jemals ein Kind durch diese Tür kommen, würden wir wissen, dass es einer der Torhüter ist. Und wir würden es ergreifen, so wie wir dich ergriffen haben. Was ist aus Pater Janik und den anderen Mönchen geworden? fragte Scarlet, obwohl sie nicht sicher war, ob sie das wissen wollte. Ich habe Pater Janik getötet. Ich bin in sein Zimmer geschlichen, während er schlief, und habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Dann sind wir durchs ganze Kloster gegangen und haben mit den anderen dasselbe gemacht. Achtzehn Männer starben in dieser Nacht. Und am Morgen waren die Flure überströmt von ihrem Blut. Seitdem sind wir hier. Natürlich verfällt das Kloster, weil wir nur so wenige sind. Einst haben die Dorfbewohner uns Nahrung gebracht, weil sie uns verirrten. Jetzt geben sie sie uns, weil sie Angst haben. Wir haben eine lange Zeit überlebt und immer gewartet und immer die Tür beobachtet, weil wir wussten, dass du kommen würdest. Und seit kurzem waren wir sicher, dass unsere Zeit gekommen ist. Wir haben dich erwartet. Wieso? Weil die Alten in die Welt zurückgekommen sind. Sie sammeln ihre Kräfte, um sich zurückzuholen, was schon immer ihnen gehörte. Ihre Vertreter haben mit uns Verbindung aufgenommen. Schon bald werden wir dich ihnen übergeben. Und dann werden wir unsere Belohnung bekommen. Und was wird mit mir geschehen? Die Alten werden dich nicht töten. Davor brauchst du keine Angst zu haben. Aber sie werden dich in ihrer Nähe haben wollen. Und du musst immer noch für das bezahlen, was du ihnen vor so langer Zeit angetan hast. Ich habe gar nichts getan. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Der Mönch nickte traurig mit dem Kopf. Wie schade. Er hatte mehr von dir erwartet. Eine Kriegerin oder eine große Magierin. Aber du bist wirklich nichts. Ein kleines Mädchen, wie du sagtest. Ein Schulmädchen. Vielleicht erlauben die Alten, dass ich dich eine Weile foltere, bevor du gehst. Das wird mir gefallen. Als kleine Entschädigung für diese Enttäuschung. Wir werden sehen. Er stand auf und hinkte zur Tür. Scarlet vermutete, dass er neben seinem kranken Auge auch ein deformiertes Bein hatte. Er brauchte eine ganze Weile, um den Raum zu durchqueren. Und sie überlegte bereits, ob sie ihn überwältigen konnte. Aber das hätte nichts gebracht. Denn als er die Tür öffnete, warteten dort schon die beiden Mönche, die sie hergeführt hatten. Sie werden dich wieder in deine Zelle bringen. Außerdem bringen sie dir Essen und Wasser. Ich vermute, dass du einige Tage bei uns bleiben wirst. Scarlet stand auf und ging an ihm vorbei. Es gab nichts, was sie sonst hätte tun können. Einen kurzen Augenblick standen sie Schulter an Schulter an der Tür. Pater Gregory streckte die Hand aus und strich ihr übers Haar. Scarlet schauderte. Sie versuchte nicht einmal, ihren Abscheu zu verbergen. Auf Wiedersehen, Scarlet. Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dich getroffen zu haben. Scarlet ließ sich von den beiden Mönchen wegführen. Sie sah sich nicht mehr um. Der Atem des Drachen Sie brachten Scarlet in dieselbe Zelle zurück, in der sie vorher gewesen war. Allerdings hatte sich dort während ihrer Abwesenheit einiges verändert. Jemand hatte ein Bett hineingestellt, doch an erholsamen Schlaf war wohl nicht zu denken. Es war nur eine Art Feldbett, das einen Metallrahmen hatte und in der Mitte durchhing. Außerdem war es so kurz, dass ihre Füße über den Rand hängen würden, wenn sie sich ausstreckte. Sie hatten ihr nur zwei grobe Decken zum Schutz vor der Nachtkälte gegeben, aber kein Kissen. Dafür hatte sie einen Tisch, einen Stuhl und einen Eimer bekommen, den sie vermutlich als Toilette benutzen sollte, auch wenn sie daran lieber nicht denken wollte. Eine Kerze in einer Glaslaterne erhellte jetzt den Raum und das dürftige Abendbrot, das sie ihr hingestellt hatten. Ein Teller dünne Gemüsesuppe, ein Brotkanten und ein Becher, das war alles. Sie hatten ihr nur einen Löffel gegeben und falls Scarlet gehofft hatte, ihn als Waffe benutzen zu können, konnte sie das vergessen. Es war nur ein dünnes Blechding. Ein Messer oder eine Gabel hatte sie natürlich nicht bekommen. Sie wollte noch nicht essen. Tatsächlich war es sogar der Anblick dieser Hungerration, der ihr wirklich klar machte, in was für einer ausweglosen Lage sie steckte. Diese Leute waren gnadenlos. Es war ihnen vollkommen egal, ob sie lebte oder starb, abgesehen davon, dass sie es vermutlich erheitern finden würden, wenn sie ihnen den Gefallen tat und starb. Scarlet setzte sich aufs Bett und ließ den Kopf in die Hände sinken. Sie dachte, sie würde anfangen zu weinen, aber es kamen keine Tränen. Die Alten, die Torhüter, die 25 Türen auf der Welt. Alles, was Pater Gregory gesagt hatte, wirbelte in ihrem Kopf herum und zog sie tiefer und tiefer in einen Tunnel des Elends und der Verzweiflung. Wie hatte das alles geschehen können? Konnte wirklich etwas davon wahr sein? Sie zwang sich, alles noch einmal durchzugehen, Wort für Wort. Vieles von dem, was Pater Gregory gesagt hatte, klang total übergeschnappt. Aber sie musste auch zugeben, dass ihr einiges davon merkwürdig vertraut vorkam. Es löste ein Echo in ihr aus. Es hatte ungewöhnliche Ereignisse in ihrem Leben gegeben, und zwar lange, bevor sie durch die Tür in der Kirche gegangen war. Die Träume zum Beispiel. Pater Gregory hatte fünf Kinder erwähnt, vier Jungen und ein Mädchen. Von ihnen träumte Scarlet nun schon fast zwei Jahre. Und wie hatte das alles angefangen? Sie hatte Matt tatsächlich in St. Meredith gesehen. Er war es, der sie durch die Tür geführt hatte, wenn sie sich auch mittlerweile fragte, ob er wirklich da gewesen war. Er hatte sich so lautlos und geisterhaft bewegt. Sie glaubte nicht, dass sie ihn sich nur eingebildet hatte, aber vielleicht hatte sie so etwas wie eine Vision gehabt. Wenn er wirklich durch die Tür gegangen war, hätte er doch auch hier sein müssen. Und dann war da diese Tür. Scarlet hatte versucht, sich einzureden, dass sie betäubt und entführt worden war. Aber je länger sie darüber nachdachte, desto mehr gestand sie sich ein, dass es nicht so gewesen war. Ja, Pater Gregory hatte die Wahrheit gesagt. Sie war in London durch eine Tür gegangen und in der Ukraine wieder herausgekommen. Es hatte keinen Flug und keine Drogen gegeben. Aber wenn sie das akzeptierte, blieb ihr wohl nichts anderes übrig, als auch den Rest seiner Geschichte zu akzeptieren. Sie ging zum Tisch und betrachtete ihr Abendessen. Sehr appetitlich sah es nicht aus. Aber sie zwang sich, die kalte, fettige Suppe und das mehrere Tage alte Brot zu essen. Etwas anderes würden sie ihr nicht geben, und sie brauchte ihre Kraft. Die Kerze in der Lampe war nur noch etwa zwei Zentimeter lang. Wie lange sie wohl noch reichen würde? Wenn sie ausging, würde sie in totaler Dunkelheit sitzen. Der Gedanke ließ sie schaudern. Es gab schon so vieles, wovor sie sich fürchtete. Aber ganz allein im Dunkeln eingesperrt zu sein, war mit Abstand das Schlimmste. Es wäre erträglicher, wenn sie schlafen könnte. Sie zog sich nicht aus. Es war viel zu kalt, um auch nur den Mantel abzustreifen. Sie legte sich ins Bett, deckte sich mit den beiden Decken zu und vergrub sich darin wie ein Tier in einer Höhle. Lange Zeit lag sie bewegungslos da, und als der Schlaf schließlich kam, merkte sie es nicht einmal. Sie wußte erst, dass sie nicht mehr wach war, als ihr klar wurde, dass sie träumte. Im Traum war sie wieder in dieser merkwürdigen, luftlosen Welt, die sie schon so oft besucht hatte. Sie erkannte sie sofort und war froh, dort zu sein. Sie mußte unbedingt Matt und die anderen drei Jungen sehen. Wenn ihr jemand helfen konnte, dann waren sie es. Vielleicht konnten sie ihr einen Weg zeigen, wie sie sich befreien konnte. Aber sie fand keine Spur von ihnen. Während ein Teil von ihr allein in der Zelle schlief, war der andere Teil hier gestrandet. Allein am Strand eines grauen und leblosen Meeres. In ihrer Traumwelt hatte sich etwas verändert. Scarlet nahm es nur ganz allmählich wahr. Es war nicht zu sehen, aber sie spürte es. Eine Art Pochen in der Luft, das von weit herkam, von jenseits des Horizonts. Sie hörte ein leises Donnergrollen und sah einen weit entfernten, dünnen Blitz, ähnlich einem Haarriß im Weltgefüge. In ihrem Kopf pochte es. Sie bemerkte, dass die Oberfläche des Meeres zu beben begann. Ein Windstoß fuhr ihr durchs Haar. Der Sand oder der graue Staub oder was immer es war, wirbelte um ihre Füße und stob dann plötzlich hoch, geriet ihr in die Augen und stach ihr in die Wangen. Sie wich zurück, denn ihr war klar, dass sie sich verstecken musste. Allerdings wusste sie noch nicht, wovor. Plötzlich und ohne Vorwarnung platzte der Ozean auf. Es war, als wäre er mit einem riesigen, unsichtbaren Messer in zwei Teile geschnitten worden. Das schwarze Wasser, Millionen Tonnen davon, stürzte von links und rechts in die kilometerlange Spalte, die dort entstanden war. Gleichzeitig stieg etwas auf und wand sich an die Oberfläche. Im ersten Moment hielt sie es für eine Schlange. Eine monströse Seeschlange, die jahrhundertelang auf dem Meeresboden gelegen hatte und jetzt aufgewacht war.